drei tapfere krieger stellen sich der gefahren in carnage chronicles mit dabei gaming lady nikki null pointer und tupac bia es kommt gleich die große spinne die ist sauer das war die ist bestimmt sauer dass wir die kleinen hier umgebracht haben was war das war das die große spinne die hier ist das war mama spinne hinter dir okay ich hab schon ich hab schon die wollte dir an den kragen da sind wieder welche also ich glaube hier kommen jetzt so viele das war nicht unbedingt auf ganz einfach bauen sollen aber mittlerweile habe ich den dreh raus wenn man die trifft wenn die weiter weg sind noch stillsitzen kann man sie ja weg machen ja dann geht es dann geht es auf jeden fall das sind die eier die brauchen eine granate auch noch komm 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 wir haben es geschafft spinne ist tot Jetzt können wir uns das Nest hier vornehmen. Das war klar. Jetzt können wir uns das Nest vornehmen. Hier ist irgendein Fernglas. Totenkopf. Sehen? Sieht die Teile jeder oder kann hier jeder nehmen? Also das Fernglas sehe ich und ich habe es auch gerade genommen. Ja, also kann jetzt jeder nehmen. Oh, ich bin tot. Hier ist ja gleich ein Spawnpunkt, oder? Oh, nee, guck mal hier. Ich kann mich hier wieder... Ja, je nachdem, kommt dran, wo du spawst. Also wir können dich jetzt nicht wiederbeleben. Ja, ich bin direkt hier oben. Ah, okay. Hier war ja der Safe-Punkt. Ja, okay. War gut zu wissen. Weil eben bin ich weiter weggespawnt. Oder? Aber ich meine auch am Safe-Punkt, ne? Ja, ja, genau. In der Nähe von dem... Warum kommen die denn immer noch? Immer diese Eier... Ja, wir müssen immer diese Eier kaputt machen. Aber wo ist denn denn noch ein Ei? Jetzt keins mehr. Was hängt denn da oben? Was siehst du, du Schönes? Seht ihr den da oben? Wem? Ein Einges... Der wurde eingesponnen. Guck mal da. Vielleicht kann man nicht noch... Aber den kriegen wir da doch nicht runter, oder? Naja, glaube ich. Glaube ich nicht. Aber... Der bleibt da oben. Der will ist... Ja, der freut sich. Der freut sich. Ich glaube, der freut sich nicht mehr. Oh, da, komm mal. Komm mal da näher dran, ne? Hier ist ein Toter. Lasst mich nicht alleine. Ich höre das schon wieder. Ja, ja, ja. Tritteln und tritteln. Ja. Mann. Wenn wir einmal an die Tür gehen, dann... Mann. Hier ist ein... Hier ist ein Hebel. Und da... Oh, die schießen da schon von hinten. Da warte ich jetzt noch kurz, bevor ich den... Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Energie ich noch habe. Okay. Noch reicht's. Ich hab 100. Das Leben steigt auch so wieder nach einer Weile. Ja. Komm, wir machen mal auf hier, oder? Oh, hier raschelt's überall. Ja, mach mal auf. Wo ist er hin? Oh, Achtung. Direkt zwei Stück. Links. Wow. Wo hab ich denn jetzt so... Boah, hier sind noch mehr hinten. Kannst nicht weiter vorgehen. Da sind noch mehr. Wir müssen die von hier bekämpfen. Aber man hat echt wenig Platz hier zum Kämpfen, wenn wir zu dritt nebeneinander stehen. Da hab ich mal Angst, dass ich euch treffe. Ja, besonders wenn wir... Da darf sich keiner mehr bewegen eigentlich, aber das kannst du ja hier nicht. Boah, ich muss weiter zurück. Das ist zu viel hier. Boah, bist du hässlich. Sind die Förderhänden? Ja. Ich müsste vielleicht mal zielen, bevor ich schieße. Da hinten stehen so viele, du brauchst nicht mehr zielen. Einfach drauf. Ja, jetzt wär ein Granatwärter gut, ne? Ja. Ne, ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Boah, Vorsicht, du bist gelangt vor mir. Ja. Boah, guck mal, wie viele Pfeile in mir stecken. Ja, bei mir steckt's auch eigentlich. Boah. Genau, ich hab irgendeinen grad getroffen, der nach rechts gegangen ist. Das wäre echt die Gefahr. Das ist ja immer so hässlich ducken. Boah, der duckt sich wieder. Ja, die KI funktioniert. Ja, wir nicht. Den haben wir. Hallo. Ist hier noch jemand? Jetzt muss ich, glaube ich, mal kurz was essen. Da ist noch jemand. Kann man auch den Aug-Apfel essen? Da probierst du es. Wenn du gerne Aug-Apfel isst, dann tut der keinen Frang an. Boah, manchmal kann ich ganz normal laufen und manchmal geht er total langsam. Hier ist ein Safe-Punkt. Ah, super. Gehen wir doch vor euch mal ab. Hier waren wir doch. Hier kommen wir doch her. Ja, wir sind hier lang und dann waren aber hier die Türen zu. Genau. Die eine Tür ist jetzt aufgegangen. Das sieht einer. Hallo. Ja, wir müssen jetzt eh hier durch. Boah, der hat mich gleich. Ich hau mal die Pfeile hier raus. Und da ist noch mal was. Da kommt ein Apfel. Wer da? Achso. Boah, wie... Wie auf muss man sich ein Apfel-Werken zum Mund führen? Ich glaube nur einmal. Das dauert nur ein bisschen, bis er verschwindet dann. Ach, okay. Da ist eine Bienen im Wasser. Ich will auch eine Runde schwimmen gehen. Ja, geht auch. Oh, nee. Nee. Wir haben nichts dagegen. Aber hier gefällt es mir. Weil es so schön bunt ist. Sind wir jetzt hier lang? Ja, ja, ja. Denk ich mal. Da oben ist einer. Oh, hier sind viele. Ist das nicht nur da oben einer? Wenn du rumgehst, sind noch viel mehr. Ah, du Scheiße. Das ist aber auch ein Stück. Oh, der klein steckt in der Kradier. Kollege, duck dich doch nicht die ganze Zeit. Okay. Oh, der Wogenkämpfer muss auf dem Schwerpunkt. Der Wogenkämpfer muss auf dem Schwerpunkt. Achtung, du Schwerpunkt von links. Zack. Da hinten ist noch einer. Oh, jetzt hat es mich gerade voll getroffen. Oh, da oben. Achtung, oben. Ach, da. Oh, da oben. Aha. Oh, schießt da noch einer, oder? Ja, mich hat es gerade voll getroffen. Oh, Leute. Ich muss was futtern. Ja, der muss ja sein. Ich treff den nicht, den Kerl. Ich muss näher ran. Ja, ich muss definitiv was nehmen. Was hat mein Apfel immer noch? Oh, wo habe ich denn hingeschossen? Eigentlich habe ich ja richtig gezogen. Ich habe einen unendlichen Apfel. Ich gehe mal hier kurz auf den Checkpoint. Ja, okay. Ach, ich treffe da nichts. Ach komm. Oh, scheiße. Also, wie oft ich daneben schiefe, das ist ja unnormal. Das habe ich getroffen. Ja, Aiming ist nicht leicht. Mit Pfeilen oben oder Armbrust. Da oben ist noch eine Spinner, komischerweise. Die habe ich nicht getroffen. Ja, so eine Shotgun oder irgendwas. Ah. Mann. Kack, Spinner. Da unten sind noch Gegner. Also, der vor mir, der vor mir müsste was essen. Ja, komm, flieg auf mich, ey. Sind wir hier richtig oder hätten wir gerade ausgehen müssen? Ähm, ich meine, wir sind richtig. Wie sind das? Ein Brot. Ein Brot. Ist zwar alles schlauchartig, aber trotzdem vom Setting her cool, ne? Ja. Das ist total cool. Und vor allen Dingen, weil wir es in Koop spielen können. Ich mag doch Koop so. Und Wasser sieht hier irgendwie cool aus. Sieht irgendwie alles cool aus. Diese ganz bunte Umgebung und so ist voll hübsch. Von links kommt irgendwas. Ach du scheiße, ganz viel. Da kommt einiges. Oh, Hilfe. Wir brauchen alle Hilfe gerade. So eine ist schon mal weg. Oh, die sind noch hässlicher. Laufen und kurbeln ist echt kompliziert, ne? Ich habe aber echt viele Hitpoints. Ja, die haben einiges eingesteckt. So. Können wir jetzt hier noch lang, oder? Ja, da liegt noch irgendwas. Okay, wir wollen mal gucken. Ich glaube, wir brauchen alle Nahrung, ne? Oder Heilung. Guck mal, hier ist so ein... Oh, wie gesagt, der geht mit der Zeit auch von alleine wieder hoch. Hier legt wieder ein Zahn. Das ist ein Messer, oder? Ja. Kann auch sein, das ist ein Messer. Ja, hier ist der Ausgang, aber da kommen wir noch nicht rein jetzt. Okay. Den Teller kann man doch auch nehmen, oder? Ja. Okay, dann... Müssen wir weitergehen, oder? Ich habe so einen Haufen Schriftstücke hier gefunden. Wozu sind denn die? Ich weiß nicht. Ja. Scheiße, ihr habt mich ausgesperrt, Leute! Oh, nö, ey! Ja, hier sind Gegner, und ich auch. Du kommst aber hin. Teil und Bürgung müsste schneller gehen. Das ist irgendwie ein bisschen langsam. Ja, mit dem Kurbeln, das ist langsamer. So, jetzt machen wir dann beide jetzt. Oder alle drei, ja gesagt. Moment, Moment, Moment. Haut euch alle noch mal was zu essen rein. Du bist die Hälfte nur, ne? Ja, haut euch alle noch mal was rein. Ich esse mal einen Schuh, warte. Ja. Also, Schuhe schmecken echt gut. Ich habe gar nichts zu essen. Ich habe hier eine Made, wer will eine Made haben? Achso, ich habe höchstens einen Heiltrank, aber den... Denn, steck die mal beim Ronnen im Mund, bitte. Potion of Perfect Strike. Achso. Bist du da? Ich schaff's denn da schon wieder. Warte, 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 nicht, mach man nicht so nah. Äh. Ah. 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 Miam, miam. Warte, warte, ich habe auch was. Ja. Wah, das ist ja noch schlimmer. Zeig mal kurz. Oh Gott. Ja, vor allen Dingen, was da hinten dran ist, noch diese ganze Wurzel. Äh. Okay. Okay. Nym, 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 nym. Einer kommt schon wieder nicht mit. So weit. Oh. Da komm ich gar nicht ran. Oh, da stehen wieder zwei von den harten Kriegern. Da drin, guck mal. Aber das sind die harten Krieger. Jetzt müssen wir aufpassen. Boah, jetzt kommen die alle. Wie viel sind denn das, ey? Okay, jetzt muss wieder das Schwert. Ich muss dich heilen hier. Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe nur ein Halt. Ja, ich nehme mal ein Halt dran. Geil, das Geräusch. Ja, das sieht ja aus wie ein Labyrinth, ne? Ja. Meinst du, wir haben jetzt hier ein Labyrinth vor uns? Oh, da schießt schon wieder einer. Ich habe mich natürlich genau getroffen. Weil das hier könnte ja das Labyrinth sein, wo wir sind, oder? Oh, jetzt hat mich irgendwas getroffen. Manchmal hier auch Sniper. Oh, der trifft mich auch, der sagt. So, lass uns mal hier rumgehen. Da, wo Geld liegt. Ja, hier geht es nämlich noch rum. Ich nehme mir mal das Käse. Oh, der kommt wieder gegen uns. Auf ins Getümmel. Verröcke. Lass das, komm mich in Ruhe. Hau ab! Leckeres. Ich habe mich erwischt. Ja. Äh, kommt der Geist nochmal zurück? Ich brauche Hilfe. Ja, ich komme. So, ich bin gespawnt. Kann ich jetzt nur meinen Bogen nachladen. Schlimm, oder? Ja, ist doch. Besser, als wenn es zu einfach ist. Ja, ja, klar. Aber da gab es ja easy, normal, hard. Und dann gab es ja nochmal was anderes, ne? Ja, ja. Ja, der ist andere, also das können wir vergessen. Ich glaube, wir können hard schon vergessen. Aber man wird ja auch... Boah, ja, Achtung, Achtung! Oh Gott, ich kann nicht schießen. Oh Gott, hab ich mir wieder viele Pfeile hier eingefangen. Oh Gott, hab ich mir wieder viele Pfeile hier eingefangen. Alter, ey, das hängen hier drinnen. Kack. Kann ich schießen, weil ich dann euch erschiefe. Da hab ich vollen Pfeil ins Gesicht gekriegt, in den Hals. Ich wollte schon immer mal ein Pfeil im Hals. Hier ist noch ein Diamant. Achtung, da schießt noch einer vom Schiff aus. Oh ja, den müssen wir uns machen. Ey, Dad, was soll denn das? Der trifft auch noch. Wir auch. Oder ich nicht. Achtung. Achtung. Da liegt noch ein Käse, den kann sich jemand nehmen, der kein Essen hat. Also der vom Schiff, der ist doof. Immer so. Wenn sie. Oh Mann, ey, der bleibt doch stehen. Wer schießt denn auf mich?